BVB kenne ich ja BVB Ich habe mir keinen Begriff Vielleicht packt Vary Games wieder eine geile Pistol aus Mit einem Turm, so wie vorhin Das sah echt geil aus Sie rushen hier nicht ganz halb B Boah, kriegen aber den ersten Hohe Flash Boah, schöne Smoke Och die Hei Schaut euch die Hei an, wie viel Damage die gemacht hat Boah, krass, aber sie kriegen die Frags Zwei gegen zwei Situation Smith & Epica gegen Forrest und Wir fladen, der kriegt Headshot von Epica Der macht wirklich ein super Spiel Vorhin auf Nuke auch Gute Shots rausgehauen Nur noch Forrest Ohne Kit Pickt sich hier die P250 Flecht sich nochmal hoch Lockt da den Spieler Boah, Vary Games spielt super safe Machen sie richtig gut Warten da lange Verraten ihre Poses nicht Boah Nice Auf geht's Ab geht's Vary Gates So, aber wie ich Nipp kenne Kaufen sie hier wieder die Gels So, hast du nicht gesehen Jo, ich höre Weste 1, 2 So Ja, eigentlich sind sie hier nicht Das verstehe ich da immer nicht Weil man sich da nicht Einheitlich die Gels Weste gönnt Also die Gels haben sie glaube ich Alle So, VG spielt was schnelles Vielleicht Wobei, vielleicht das auch mit Was ist das im ersten Boah, da muss er brecken Und dann hat er noch die Distance Action aufpassen Boah, was ne knapp Runde Friberg, Posi bekannt Wenn Existence da stirbt Die Runde fast schon verloren Keine erst nur mit 5 HP Friberg, action Normbeit vor und Existence sollte vielleicht die HE werfen Um Friberg da zurück zu drängen Sie sind sich da komplett uneinig Aber sie haben gut umgebaut Das hat man grad schön gesehen Wie sie sich, äh Wie sie gewechselt haben Boah, retten somit die Runde Aber die war wieder Viel zu knapp Aber ich finde es gut, dass VG mal was schnelles spielt Vielleicht ist das auch so ein Mittel gegen Nipp Ich weiß nicht Ich meine Je krasser Nipp wird Umso weniger trauen sie vielleicht auch die Gegner Was? Und umso einfacher wird es halt auch für Nipp Und umso einfacher wird es halt auch für Nipp Kenne ich mit der Shotgun Netter Lack Drei Mann von Nipp da im B gewesen Boah, Existence stimmt auch Hat aber zum Glück nur so ne Witzwaffe Och, der BK Was er heute drückt Der Junge Der ist richtig heiß Also im Spiel So, der BK Die Distanz Aber ich mag die Shotgun Die ist so OP irgendwie, also Close Distance, kleine Rampe, Train, GG. So, da safen alle T's, da muss ich sagen, das ist so, da haben alle sogar überlebt. Seht ihr die Rauchwolke, wie extrem dick die ist? Größtes Smoke ever. So, endlich mal eine Führung, wie man sie sich wünscht, wenn eine Pistol gewonnen wird. Einfach solide, drei Runden, fertig. Kein großes Eco-Verlierer oder sowas. Jetzt vielleicht doch einfach mal direkt die Förster-Club gewinnen. Plan-Dick mit, aber nur Kenny, es gewinnst Duell, saustark. Geht gut los für VG. Sie sind schon vor B, Nathan noch mit Fake. So, sie stehen da gerade Anti-Flash. Auch gar nicht so schlecht. Epica smoke da die Base. Sucht sich da die Wolke wahrscheinlich. Brechen das anscheinend doch ab. Boah, das ist eigentlich auch die richtige Entscheidung. Get-Ride ist drüben. Spot wäre auch... Vor allem die große Sandkasten ist frei. Aber sie hoffen, dass sie hier pushen. Und das geht auf. Das geht auf. Smith hat eine gute Pose. Kann... Muss im Refrag, er schafft es leider nicht. Oh, eigentlich richtig gut gespielt vom VG. Wobei sie auch hätten Action durchgehen können. Oh Mann, ey. So unlucky manchmal immer. Oder halt teilweise unfähig. Ich weiß nicht. Spot ist eingenommen. Er ist schon in der Mitte. Wird halt gleich auf Timing rumziehen. Hört eh nicht selbst. Was? What the fuck? Typisches Go. Typisches Go-Szenerie. Du aimst ab. Hast eigentlich einen Vorteil. T kommt rum. Headshots. So, Epica. Der ist halt sowas von krass. Vorhin die Headshots an der Rampe. Hätte man sich... Da würden die Ladies... Da fließen die Ladies davon. Da schmelzen sie gerade. Da liegen sie ihm zu Füßen. Und auch nicht liegt auch gleich GetRight ihm zu Füßen. Allerdings als Leiche. Das tut er auch. 4 zu 0. Very Games. So, und so einen Start hatten wir aber leider schon mal. Was heißt leider? Hatten wir schon mal. Auf das 2 vor... 2 Finals. Und zwar... Auf das 2 glaube ich. Da stand es... Wenn mich nicht alles teilt. 6, 7, 0 oder so. Ne... 6, 0 glaube ich. Und dann hat Nip tatsächlich noch das 9, 6 gemacht. Aber vielleicht... Heute nicht. Vielleicht haben sie ja wirklich... Inferno... Mal komplett umgestellt. Gekellert bis zum geht nicht mehr. Wer weiß. Vielleicht sind sie das neue Faculty of Inferno. So... Ach... Sie kommen auch immer besser in Fahrt. Jeder hittet so seine Shots. Einzig Existence muss man auch auf... Äh... Äh... Aufwachen. Fällt hier gerade deutlich von seinen Mates ab. Hat keine richtigen Szenen. Aber solange er gute Ansagen bringt... Ist es auch eigentlich auch egal. Solange sein Team gewinnt... Kann ihm das... Vollkommen schnurz sein. 5, 0. Dass man das nochmal erleben darf. Dass Nip 5, 0 hinten liegt. So... Den Settling kaufe ich dann nochmal raus. Übrigens. Und alle die hier nochmal... Nachgefragt haben. So... Ich glaube der Awe bei... Für Flan. Diesmal ein anderer Aufbau. Get right aber relativ defensiv dort. Am... B. Friberg auch an der... Kabeltrommel. Nip mal mit einem komplett defensiven Aufbau. Wir spielen da was über Haus. Über Hausmeister. So... Nettes Doppel da auch am Haus. Exister reingespottet. Oh mein... Exister jetzt sogar noch ablenken kann. Forrest macht den ersten jetzt vielleicht abbrechen und überhässt. Macht man sowieso. Gute Entscheidung. Eine vielleicht verzögert. Ah... Der PK muss da später kommen. Da darf er nicht zu früh raus. Boah. Das sieht nicht gut aus. Okay. Die macht einen. Er weiß, dass einer auf Spot ist. Vielleicht Waffenwechsel. Nein. Er ist eh schon mit ihm. Ah... Sehr gut gespielt von Nip. Aber nicht perfekt gespielt von RBK. Er muss viel später kommen. Er muss ungefähr warten, bis die Mates da Kontakt haben. Und dann muss er vor allen Dingen... Wenn er den spottet, darf er halt nicht direkt sterben. Muss er halt so viel Zeit rausholen wie möglich. Und wenn dann der Sandkastenspieler über Has und Action in die Zahlen genommen wird, muss er halt sterben dann. So, aber alles das ist komplett egal, wenn man jetzt die Runde abgibt. Wenn man nämlich jetzt die Runde gewinnt, ist Nip wieder direkt broke. Und das ist enorm wichtig. Das Miss macht auch den enorm wichtigen Headshot. Wo eigentlich? Nicht in der Mitte. Exist schiebt grad rüber. Nip komplett defensiv am A. Also man hätte da so viel Raum hier oben. So, wieder geht's B vor. Aber zu zweit, der wird gut abgelenkt. Ah, da ist... Sind sie drauf reingefallen? Sollten sie vielleicht abbrechen? Boah, Nathan stirbt gegen Action. Oh, das war grad total schlecht. Gut gelockt von dem Hofspieler, aber dass sie darauf reingefallen... Ach, bitter. Da haben sie in den entscheidenden Momenten einfach keinen kühlen Kopf. Guck mal, ob sie sich safe für ihre Waffen... Ob es das jetzt bringt. Sie können auf jeden Fall nicht kaufen. Mit den zwei Waffen werden sie aber vielleicht... Alles investieren, was geht. Wie gesagt, bringt der jetzt nichts mit nur den zwei Waffen. Im Vereine mit AWP kann man schon mal auch so zwei, drei Leute allein machen. Und wenn der Raster nur die hat, ist es ja egal. Die können halt die Waffen dann picken. So, natürlich hat auch Kenny die AWP bekommen. Und dann steht defensiv. Frost im Haus. Die Kinderzimmer wurde gecheckt. Oh, netter Hit-Austausch dort. So, jetzt Contact Mitte. Und dann hat man... Dort hat man Raum. Von daher wird man da jetzt auf noch nichts treffen. So, aber Getrad ist gerade wieder am Schieben. So, Nathan. Nur mit... äh... P250. So, ein ganz schwieriger Go jetzt. Boah! Ganz wichtig, dass der Mate da noch einen Step nach links macht. Und wer fährt da durch? Existen ist... Ist gerade noch blind. Muss hoch... Überaufpassen. Stirbt. Großes Sandkasten gefallen. Spot gefallen. Sieht sehr gut aus für VG. Kenny jetzt sucht sie eine sehr schöne Pose da oben mit Awe. So, Bombe wird vorgedroppt. Zu Nathan. Ah ne, er hat sie die ganze Zeit. Jetzt hat er sie gedroppt. Wichtiger Reflect von... Kenny, aber Captain, dass er da schon wieder zwei machen kann. Zum Glück haben beide viel HP. Nathan muss überleben. Boah, das ist trotzdem noch eine ganz schwierige Situation. Dadurch, dass Kenny halt AWP hat. Boah, der macht es tatsächlich da am Schlitz. Krasse Runde von Kenny. Schön gespielt von VG. Da den Go über Hass. Kenny mit dem wichtigen First Track. Wie gesagt. Glück und Unglück, dass dort sein Mate... gerade noch so den Strafe nach links macht. Sonst hätte er ihn glaube ich getötet. So, Nip hat er aber nochmal gekauft. VW ist das erste Mal extrem aggro mit M4. VW ist mit zwei. Jetzt ist der Reflect da. Ist das bitter. Der hat vorerst mal allein was gespielt. Da war niemand da. Man hat zwei Leute weggemacht. Das zeichnet ihn natürlich auch aus. Aber an sich muss man doch irgendwie... Ich weiß nicht. Gut, zwei hat echt gut gespielt. Sie haben halt null damit gerechnet. Sie haben da reingelaufen. Bisher war der ja auch noch nichts Offensives. So, aber... Xistens... Äh... Vary Games wieder. Super viel Raum in der Mitte. Vary... Äh... Nip fühlt sich da relativ sicher. Boah, ein Kenny mit dem Fag. Boah, Spot hittet er leider nicht. Immer noch nicht. Mates ist aber da an der Action. Boah, schön für Kenny. Aber noch einer Spot. Wissen sie jetzt. Xistens muss da nicht mal was umschießen. Er trifft einfach nichts. Und dann muss es Kenny richten mit... Alter... Wenn Xistens da mal was hitten würde. Es ist halt wieder am Scrobat Boden. Äh... Was wird denn so tilten? Boah, wie bitter, Mann. Man könnte hier 7-2 führen. Da wird 6-3. Man hat selbst Eco. Dann ist Nip wieder ran. Genau das ist das scheiße Lack, was Nip immer hat. Die ganze Zeit über. Oh... Schneller Haus, go. Forest. Forest. Forest 2. Forest 3. Oh, das war fast ne Headshot Runde, wenn die ja eh nicht gewesen wäre. Och... Jetzt halt das 7-6-4. Und Wocky hat kein Geld. Ey, das wär so ne enorm wichtige Runde gewesen. Und wieder gibt man sowas ab. Wenn... Wenn ein Team einfach mal sowas gewinnen würde... Okay, sie kaufen. Dann würde Nip viel öfter alt aussehen. Viel öfter mal unter Zug zu lang stehen. Aber dennoch... Hey, wir haben schon mehr Runden als im letzten Finale hier auf der zweiten Map. Und das ist doch schon mal ein kleiner Vortritt. So, da sucht Kenny sich die... ...Textur da. Die Smoke. Guck mal, wo die hinfliegt. Da vorne Flasch. Und direkt Gas hinterher. Da hab ich gerade den ersten Action. Er ist gerade enorm blind. Also ich seh da nichts. Die Spieler anscheinend sehen da mehr. So, irgendwie ist da keiner mehr. Existence sollte mal ein bisschen defensiver gehen. Aber Alan Spot jetzt natürlich auch nicht so toll. Nathan macht's gut. Geht in den Sandkasten. Schade, Kenny. Erst wollte damit den Sand. Musste da genau... Dass sie da nicht so gut stehen. Und da fangen sie zu viel Damage. So, ganz wichtig. FPK muss das eigentlich machen. Er ist blind. Macht den ersten... Ach, schade, Mann. Aber wieder, wenn Existence mal einen mitnimmt. Einen. Einen einzigen. Man, das... Sie haben's in der Hand. Sie haben's in der Hand. Sie schaffen's einfach nicht... ...die nötigen Frakes zu machen. Sie kommen durch. Sie kommen ja durch. Nip spielt nicht gut gerade. Sie lassen viel zu viel Raum in der Mitte. Einziger aggressive Move war mal von Forrest. Ansonsten in der Banane ist man defensiv. Sonst groß ist man defensiv. Und damit holt man hier unnötigerweise fünf Runden. Unverdient eigentlich. So, da wird gleich die Flash angefordert. Boah, dass der da nicht rumzieht. So, mit der zweiten zieht er rum. Aber auch noch ganz langsam. Krass, wie unglaublich langsam sie das da wieder eingenommen haben. Wie unglaublich kontrolliert auch. So, leider keine Hits. Aber man ist noch zu zweit am A. Hä, jetzt könnte man wieder gehen. Da wäre... Es kann wieder komplett offen. So, Kenny macht's wieder gut. Aber jetzt ist wieder... Ey, Flan ist noch nicht da. Hells ist komplett... Nur ganz defensiv gedeckt. Da ist jetzt ein Smoke. Komplett Hells ausgeschalten. Jetzt aber auch durchgehen. Aber da haben sie Angst. Da kommt gerade die Angst ins Spiel. Jetzt ist der CT hier links wieder. Ist schon fast vivo. Und wenn Existence jetzt... Boah, Existence macht mal was. Das muss fast die Runde sein, wenn Existence einen Frag macht. Spot müssen sie aufpassen. Schön von APK. Eins gegen zwei. Bombe hat er. Kann er ja sie... Ach. APK mit dem ersten. APK, geh weg. Da liegt eine Smoke. Kannst weg. Nein, er duckt sich. Warum? Bist du bescheuert? Spring doch einfach weg. Ist doch scheißegal, ob der dich sieht. Wobei, Bombe liegt zwar schlecht, aber... Wurst! Aber duckt doch nicht da. Oder ist er hier hängen geblieben, der Fettsack? Das sah weird aus. Aus der Distanz. Wieder der Ausgleich. Man, very games, ey. Die ganze Fläche ist auch ultra früh. Die baut aber... so gut wie gar nichts um. Aber sehr schön. Macht nur einen. So viel Flanen kann er beschieben. Existence auf Spot. Wieder wäre jetzt... Hess offen. Also Hess ist eigentlich die Schwachstelle von Nip, würde ich meinen. Nein. Leider, die CT ist noch nicht weit oben. Also diesmal entscheiden sie sich wirklich weh zu gehen. Da haben wir noch keine richtige Runde gesehen. Außer die Pistol. Wo sie in Rush gespielt haben. Die Spint of Contact. Haben links gesmoked... äh, rechts gesmoked. Gegen Fläche ist kommen. Existence ist noch blind. Boah, alle sind gerade blind. Die wollen's abbrechen. Sind sie rausgekommen? Die sind sich noch nicht ganz sicher. IPK rastet aus. Seitengang aber aufpassen. Ach, und Nathan kommt zu spät. Ach, Nip macht das aber auch so gut. Die Fläche sind einfach perfekt. Also man braucht da ein anderes Mittel gegen Nip. Und Nathan macht wenigstens noch einen. Ach, jetzt gibt man die Führung sogar aus der Hand. Wie gesagt, es hätte 7-2 stehen können. Jetzt ist jetzt 7-6. Ach, es ist 5 Runden hier in Folge, Finip. Nochmal so eine Low-Equipped-Runde. Für VG. Oh, das klingt den ersten. Einfach 3 ist mal angeaimt. Und den Frack bekommen. So, jetzt ist es auch klar, dass der Rest falsche Mitte ist. Wer Nane könnte eigentlich mal pushen. So, nur noch Kenny S, der Go war irgendwie gerade total seltsam. Oh, schöne Headshot noch mal was. Das ist auch nur für die Galerie. 8-6 Snip gewinnt sogar jetzt noch die Halbzeit. Und das ohne gewonnene Pistol. Und ich brauche es eigentlich nur nochmal sagen, das wäre nicht nötig gewesen. Es hätte gut und gern nicht nur andersrum stehen können, sondern viel weiter andersrum. Also 10-5 wäre eigentlich das Minimum gewesen, was Vary Games hier hätte rausholen müssen. Aber abwarten. Die CT sind da natürlich auch nicht schlecht, sonst würden sie die Map hier nicht spielen. Wieder B-Contact. Vorrester offensiv gewesen. So, wieder 2 am B. So, die verspähte Smoke von Nip. Die hat das komplette Spiel verzögert von VG. Also wenn wir jetzt mal wenigstens Frack am A machen würde oder B-Fake. Ja, es sieht, es ist irgendwie ganz billig. Keine Chance gegen Forrest. Auch wenn er da für mein Geschmack drauf war. So, jetzt ist mal wieder Mitte versammelt. Was ist mit? Was ist das CT-Base? Ungesehen. Einer schiebt. Und Mates schieben B. Sehr schöne Ansage von Smith. Jetzt Smoken aber. Smoken. Oder Flash, auch okay. Jetzt sind sie... Bombe muss schon drauf sein. Banane, wichtiges Duell von Kenny. Kenny, schöner Schuss. Nice one. Auf geht's, siebte Runde gehört euch. Kenny hilft. Kenny hilft. Schöner Support. Und noch Quedride. Gib dir einfach sterben. Kannst selbst du nichts mehr machen. Sehr schön. Also die letzte Runde war nochmal richtig gut. Leider habe ich nicht gesehen, wie Smith sich da durchgesneakt hat. Aber es muss Imba-Timing gewesen sein. Auf jeden Fall hat das die Runde gekostet. Und dann auch ist mal vor allen Dingen das Glück auf Vari-Games Seite gewesen. Und nicht immer nur auf Nips. So, die übliche eine Minute Pause glaube ich. So, hier haben wir jetzt übrigens auch das Scoreboard, was dauerlich eingeblendet wird. Somit für alle Skobot-Fetischisten hier die ganzen Punkte. Deutlich natürlich Existence hier am Abfallen. Nathan zwar auch nicht so stark, aber er hat auch immer diese Fake oder diese Rolle, wo er dann von hinten kommt. Und dann kann er am Ende nicht viel machen, wenn seine Mates schon vorher sterben. So, zweite Pistole. Vielleicht geht die sogar an Vari-Games. Das wäre die zweite Pistole auf dieser Map. Vorhin haben sie glaube ich beide verloren, oder? CD-Pistole auf jeden Fall. T glaube auch. Ja, hatten sie auch. Das wäre super wichtig. Sie stehen sogar zu viert am A. Riskieren da was. Nehmen Mitte ein. Existence, sauber. Macht ein. Mitte ausgeschlossen. So, schöner Smoke von Smith. Um dann den potenziellen House-Go zu blockieren. Alle Nippspieler in der falschen gerade. So, aber so eine Runde ist bei weitem noch nicht gewonnen in Go. Sollten jetzt viel doppeln. RPK geht doch richtig weit weg. Oh, jetzt überher ist... Da steht halt nur RPK. Ich meine, der ist gut drauf heute. Nette Pose habe ich so auch noch nicht gesehen. Boah, einfach den ersten. Boah, ha, 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 ha. Schade. Beim letzten Mal war er noch drauf, aber er hatte keinen Schuss mehr gehabt. Schön, Mann. Beide Pistols auf Inferno. Und in ein Sext gab es ein kleines ungeschriebenes Gesetz. Holst du beide Pistols, holst du die Map. War zwar nicht immer der Fall, aber doch schon sehr oft. Zumindest wurden die Matches dann meist richtig spannend. Und beste Voraussetzungen für Very Games hier Nipp, die erste Niederlage reinzudrücken. Die erste Map-Niederlage. Das ist noch nicht eine Match-Niederlage, aber immerhin schon mal eine Map. So, viel Gas bei Existence. Vielleicht wacht er jetzt als CT ja auf. Man kennt das ja selber. Eine Halbzeit komplett versagt und nächste Halbzeit einfach dominant ohne Ende. Weil er einfach sich nochmal konzentriert, zusammenreist, nochmal Motivation tankt. Vielleicht die Mates einen auch nochmal pushen oder so. Und bei Very Games ist das alles gut möglich. Ein Team, was schon extrem lange zusammenspielt, alles befreundete Spieler sind. Die haben einen richtig guten Teamspirit. Nein, oder? Kenny nur mit. Oh, Kenny ist grad komplett versagt und muss sich alle eingeklebt. Oh, er macht immerhin noch zwei. Wie spät Existence da verschiebt, bitte? Heißt das nicht der in Ernst? Existence braucht noch super lange. Nipp macht das so gut. Zeigen sich grad nicht, holen enorm viel Zeit raus. Oh, einer pickt, das geht immerhin. Siebzehn Schuss hat er noch. Siebzehn Schuss hat er noch. Existence. Kann er hier zum Sieger der Herzen? Nein, ist noch nicht. Oh, Mann. Was das schon wieder für eine Schelle war von Forrest in Action. Wahnsinn. Und das heißt, ich habe das eingetreten, was ich am wenigsten gehofft habe. Direkt die Anschlussrunde verlieren. Dann ist es natürlich auch egal, ob du die Pistols gewinnt. Wenn du direkt die nächste verlierst, dann ist sowieso alles wieder nichtig. So, vier am B und Nathan allein am A. Okay. 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 Ah, vielleicht können sie sogar was machen. Hier kommen sogar B. Zeigen sich gar nicht. Vielleicht was drinnen. Boah, wie das solche ekelnen Mini-Lags. Boah, zwei Frags. Drei sogar. Boah, schade, dass Forrest die Bombe hat. Aber... Nathan kann jetzt eine sehr gute... Er wird schon... Wurde vom Get-Raid gesehen. Nathan. Krass vom Get-Raid. Das ist ja dort schon halfway. So, jetzt haben beide eigentlich wenig Chancen. Eine Waffe hat Existence eine? Er hat keine. Wollen sie es versuchen? Auf gehs. Mach ihn kaputt! Wie dieser... Typ nicht zittet. Wahnsinn. Wahnsinn! Auswechseln. Ersatzbank. Manager rein. Irgendwas. Weg mit ihm. Auch wenn Nathan natürlich gerade unter ihm steht. Aber... In den entscheidenden Momenten sieht er irgendwie dann nicht so überzeugend aus heute. Das ist so bitter als Team. Aber man gewinnt zusammen und man verliert halt auch zusammen. Man verliert leider auch dreimal hintereinander das Finale. Oder ein Finale gegen Nip. Sad but true story. Existence bestimmt so ist klar. No shit Sherlock. Was ist das für eine abgefahrene Flash? So, da geht's gleich Mitte. Boah. Könnte natürlich auch ein Lockmove sein an der Banane. Nip hat aber schon die Rippen. Checken da erstmal B. Molly bei Kenny. Wie viel Geld hat der? Drei, vier noch. Okay. Delayed den Gorn natürlich. Drei Sekunden noch. Der Nip. Der Nip. Der Nip. Der Nip. Headshot glaube ich. RPK noch mit der netten Pose. Boah. Da wurden glaube ich die Füße gesehen von RPK. Schöne Runde. RPK. Freeback nur noch. Und Existence lebt nicht. Das heißt die Runde ist gewonnen. RPK. Es gibt's nicht. Es gibt's nicht. Es gibt's nicht. Mit zwei HP. Zwei HP. Dieses Nip-Lack. Das. Das muss doch mal aufhören ey. Es ist krass. Zwei HP hatte der Typ noch. Die können den doch einfach mal kaputt machen. Oh man ey. Es ist. Ich feiere den Tag. Wenn mal ein Team. Alles richtig macht gegen Nip. Wenn Nip das erste Mal. So richtig auf den Sack kriegt. Ich hab letztens schon mal an Voice gesagt. Ich möchte Getwild mal wieder weinen sehen. Nicht dass ich mal so richtiges wäre. Ihr kennt vielleicht das Video von der IEM. So von letztem Jahr. Wo SK gegen ESC verloren hat. Wo die Polen dann. Geheult haben vor Glück. Und. Getwild war extrem. Am Boot zerstört. Das war aber vielleicht die. Runde eh gar nicht so schlecht. Aber was rede ich denn. Solche Runden gewinnt Nip. Eh immer. Und Kenny ist vor allem nur allein am Spot mit Aave. Ist da todesblind. Oh. Getwild mit dem Duell. Oh. Er macht ein. Existence kommt dort auch. Verliert auch. Und jetzt Kenny. Aber mit Timing. Er traut sich nicht. Schade wenn er mit rumgezogen wäre. Jetzt liegt auch die Smoke. Ach. Getwild hat aber auch immer. Solche guten Moves. Er steht so oft irgendwo Gold richtig. Und das ist dann auch kein Glück oder so. Er kann sowas halt einfach. Er hat. Er hat. Die spielt Übersicht. Quasi wie kein anderer. Also bitte. Wenn jemand mit 2 AP überlebt. Das ist daran nicht Lack. Natürlich eine berechtigte Frage warum sie da drauf laufen. Schon wieder vergessen ob die Bombe lag. Kenny im Gleitmodus. Natürlich will ich das der bessere gewinnt. Versteht mich alle falsch. Natürlich ist Nipp auch gerade das bessere Team. Dennoch hat er das VG in der Hand. Vor allen Dingen als äh. Tee da wesentlich mehr draus zu machen. Ui. Den Baumboost hab ich auch noch nicht gesehen. Aber selbst wenn sie da kommen. Wie will er da mehr als einen machen. Sie kommen sogar. Natürlich guckt Forrester hoch. Direkt 12 in der ESL. K. Zauber. Zusammen mit Caddy. AI kann nicht mehr kommen. Haben keine mehr. Die Pflanze stille. 13.8. So. Jetzt nochmal eine Equip. Für VG. Boah. Wie blind. Auch Kenny mit seinem Move wieder. Sehr spannend. Die Bombe war das sogar. Das muss er gesehen haben. Auf Radar. Mal schauen was die draus machen. Auf Faust hat es aber direkt gepickt. Schnell geschalten. Speedet dort kurz hin. Geleitet zurück zur T-Base. So. Nip. Das sieht man bei ganz wenigen Teams. Dass man direkt so eine Entscheidung trifft. Ja. Scheiß egal. Wenn man als First-Track Contact B abfahrt. Da wird gar nicht kurz nachgedacht. Da wird einfach das jetzt gemacht. Sind jetzt viert Banane. Andere Teams würden dann nochmal fünf Jahre lang rumschimmeln. Aber Nip nimmt die Füße in die Hand. Sind jetzt alle Banane. Haben sogar noch zwei Gegner. Von daher ist es fast egal. Wobei, Faust ist Mitte. So. X ist ein Shithood. Not. Oh. Beide. Ich will nicht sagen. Aber die beiden schlechtesten Spieler gerade stehen am B. Das ist natürlich gefährlich. Aber Kenny ist jetzt wieder da. Smith und. Wer ist der andere am großen? Rpk am großen Sand. Nip rennt die Zeit davon. Die müssen auch anlegen. Rpk mit Timing. Sehr schön. Kann die Bombe, glaube ich, holen. Passt Haus auf. Saubere Runde von Very Games. Neunte Runde. Overall. Die Runde war mal extrem gut. Keiner einzigen Mann verloren. Sehr schön gemacht. Nachts. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Keiner. Banane auch zu dritt auf. Ah, die Runde haben wir heute relativ häufig von VG schon gegen ESC gesehen. Achso. Dacht schon. Ist da einer nahe zum Helfen? Kenny erstmal mit. Egnom Schlitz. Existens allein in der Banane. Da liegt noch eine gute Smoke. Oh, ich weiß nicht, ob er den Namen gesehen hat. Er hat gerade geschossen. Jetzt Kenny im Haus. Boah, extrem gut. Hi. Boah, schön. Da hat man es wunderbar an HP-Balben gesehen. So. Oh, RPK aber noch im großen Sand. Damit rechnen sie nicht. RPK macht da noch einen. Leider nicht. Aber Smith ist zur Stelle. So, jetzt die beiden B-Spieler. Nathan ist schon da. Ah, weil sie aimen ihn ab. Ach, bitter. Dass Kenny da reingefahren ist. Auch wieder gut gespielt von Nip. Haben sich lange nicht verraten. Kenny wurde sie aufgegeben. Wollte wieder rein. Vielleicht hat er die ganze Zeit ziehen sollen. Ich weiß nicht. Was ihn dazu veranlasst hat, da weg zu gehen. Da spielt er immer eine Menge rein. So, geldmäßig sollte das noch reichen. Vor allem kann Existence eine legen. Auch wenn er dann noch Farmers hat. Aber egal. Er muss. Er muss. Ja. Kenny. Vielleicht Epica. Haben wir legen oder so. Na. Du scheiß Overlay. Jetzt bleib doch mal auf. So. Wieder ein Push. Ja. Wieder zu dritt. So. Wir brechen das ab. Lassen wieder Existence allein. Sollte vielleicht eher mal jetzt zum. Holz da schieben. Weil er geht wieder in die Pose. Er traut sich aber auch eine Menge allein zu. Muss man sagen. Und dafür. Hat er auch meinen Respekt. Trotz dass er so schlecht gerade. Vielleicht spielt. Und unten steht. Im Scoreboard. Aber es ist dann noch zu sagen. Er macht trotzdem allein B. Ist nicht schlecht. Ich meine. Huch. Ich meine. Sie kommen ja auch. Nicht B gerade. Jetzt wieder Mitte. Forrest drückt erstmal den Hellspieler um. Der PK zieht auf Timing rum. Boah. Nette Legs. Smith macht da ein. So. Jetzt 2 gegen 3 sogar. Einer mit einem HP. Der PK. Sprayt einen weg. Schön und nur noch. Boah. Schade. Jetzt kann er zum Matchman werden. Boah. Der macht's. Also jetzt. Muss der Knoten platzen. Bei VG. Vor allem bei Existence. Ich kann mir vorstellen. Dass er jetzt extrem geschrien hat. Auch das enorm wichtig. Dass man einfach mal. Laut sein. Angestaute. Anspannung. Nach ausschreit. Und dann in die nächste Runde geht. Hochmotiviert. Mit Headshots. zum Austeilen. Ja sicher. Durch Smoke. auch. Banane. Austausch. Ah. Sie wissen aber, dass beide Dutz sind. Wieder eine knappe Situation. Und Forrest schon extrem weit am Hundegang durch. An der Base. Boah. Was ein schwarzes Eck. Ekelhaft. Ui. Da haben sie ihn anscheinend noch gehört. Schon ein Headshot von Existence. Aber. Gegen zwei. Alter. Ich sehe nichts. Jetzt wieder. Bekommt er schon die Hits. Und geht safe. Auf jeden Fall. Das ist das Draw schon mal wieder für Niff. Klasse. Auf jeden Fall. Da kann man auch mal was verschießen, wenn man jemanden im Rücken schießt. Da kann man auch schon mal mit dem Fadenkreuz sonst wo hinnehmen. Ach. Low Equipment ist man jetzt auch noch. Und jetzt muss man einfach kämpfen um jede Runde. So. Zu zweit. Oh. Man ist schon Couch. Neuer Move. Boah. Schön T-Rampe war blind. Jetzt vielleicht mal ein bisschen weniger. Risiko jetzt. So. Dann ist man irgendwie. So. Wirrwarr. So. Nipp ist wahrscheinlich. Ne. Sie sind da noch T-Rampe. Jetzt einfach mal ein bisschen. Ruhe reinbringen. Bauen gerade um. Lassen Kenny allein unten. Und Nipp nimmt ein. Schöner Headshot. Schade. Der war auch fast drauf. So. Und der Rest ist defensiv. Zwei B. Zwei A. Und sie blocken sogar offensiv. Und das ist eigentlich gut. Wenn sie jetzt nämlich nicht. B kommen. Können sie schnell hinterher pushen. Aber sie lassen Nathan allein. Okay. Auch eine Variante. Geht jetzt sogar defensiv. Ah. Jetzt ist natürlich null Kontrolle. Sie sind jetzt Action schon da. Smith würde helfen. Aber RKPK ist heute stark. Heiner schiebt nochmal über Haus. Nipp splittet sich jetzt aber auch auf. Existence kann jetzt wieder gleich ein Duell gewinnen. RKPK muss da gleich auf. Schön. RKPK hat ihn gesehen. Haus aufpassen. Schön. Geh an Dildo vor. So. Existence. Verliert. Er macht zu laut. Nathan. Smith. Ich komm nicht auf ihn drauf. Das ist nur nach Nathan. Dann geht's. Oh. Die Zeit ist abgelaufen. Gar nicht drauf geachtet. Schön gespielt von Existence. Oh. Hat er die Zeit weggezaubert mit seinem Tod. So. Noch vier Runden. Dann easy peasy Overtime. Das wäre glaube ich. Das wäre auch etwas Neues oder? Ja. Ich meine. Sie haben bisher noch nichts gewonnen. Äh. Nichts verloren. Keine Map. Und in Overtime haben sie bisher auch noch nicht gespielt. So. Mit wird rumgezogen. Couch war schon einer. Anfahrt. No. Vor B geht schon was? Und Nathan extrem defensiv. Bohr Neb schiebt rüber. Nathan wird da abgesmoked werden. Das darf Forrest da halt keinen machen. Und Forrest macht einen. So. B geht zu Zeichen in Go. Vielleicht kann Nathan was bangen oder in den Seitengang reinkommen. Oh, die Bangs sitzen jetzt ein bisschen in die Füße. So, den Retake können sie schaffen. Zwei über Banane und zwei über Base. Nathan, schöner Frag. Schöner Frag. Dritten macht er leider nicht. Aber Getrade rastet mal wieder aus und Epica. Zwei mit Lower P. Sie wissen nicht, wo er kommt. Er steppt, er steppt. Jetzt wurde gehört. T hat sich umgedreht. Muss rechts das Eck checken und Getrade zieht rum. Ach, es ist vorbei. Nip mit dem vierten Finale in Folge. Ist es denn zu fassen? Aber wir sehen zunehmend spannendere Matches, muss ich mal sagen. Es war auf jeden Fall ein relativ, ja doch, ein würdiges Finale. Wie gesagt, VG, da war was drin in der zweiten Web. Da war so viel drin als T. Als CT können sie es ja spielen. Ich meine, ach, T-Rom, mein Gott, scheiß drauf. Sie haben vier Equipts gewonnen. Ach, da war so viel drin auf Inferno. Sie hätten Nip hier schlagen können auf jeden Fall. Was dann auf der dritten Mal passiert wäre, ist erstmal zweitrangig. Gut, damit ist der Abend dann auch vorbei. E-Sports Heaven, Prag, AMD Saphir, Invite. Der Turnier ist damit vorbei. Nip hier, der verdiente Sieger. Das Spiel um Platz drei läuft.